In der letzten Episode. Was ja super. Das ist ja toll. Wow. Da bist du 10 Minuten in dem Ding drin und ist hier zack Nebel. Toll. Ja, da drüben ist der Leuchtturm. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. In der Sandbox. Ja. Äh, wieso hab ich meinen Schlafsack eigentlich aufgehoben? Es ist doch noch Nacht. Ja, super. Ja, das ist noch Nacht und es ist sehr warm. Es fühlt sich wie an wie 3 Grad. Und, äh, ja. Mal gucken, was sagt denn eigentlich unser Futterzustand? Hm. Weil es ja noch mitten in der Nacht ist. Unser Futterzustand sagt natürlich, wir können noch 1-2 Stunden schlafen. Äh, wir können sogar 4 Stunden, 5 Stunden schlafen. Krass. Äh, ja, dann, warte mal, jetzt sag mal. 4 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Wir machen mal 4 Stunden. Das müsste eigentlich reichen. Sehr schön. Ja, es ist neblig. Ja. Wie war das? Ein C und Steuerung und Crouch. Hahaha. Also wenn ihr öfter mal die Kleidung kurz seht, dann wisst ihr, dass ich versuche, entweder zu crouchen oder aufzustehen. Oh, ich kann jetzt alles essen. Ähm, wir können aber erst mal trinken. Das wäre schon mal Schritt 1. Den Schlafsack heben wir natürlich auf. Temperatur ist weiterhin mit minus 1 gefühlt eigentlich ganz okay. Ähm, ich will mal gucken. Den Schlafsack haben wir jetzt in letzter Zeit häufig verwendet. Äh, in welchem Zustand der eigentlich ist. 78 Prozent. Na gut, das geht noch. Wie viel Kleidung und wie viel Stoff haben wir eigentlich? Der Darm ist getrocknet, alles klar. Aber die Mütze hier, ja. Die zerlegen wir. Da ist immer nämlich das schon mal los. Ja, ob wir jemals diese Schuhe anziehen. Haha, ich weiß ja nicht. Äh, ja, die sind nass tatsächlich. Äh, den zerlegen wir. Den wäre mal deutlich leichter. Und die Socken? Gut, die sind halt noch zu gut. Das heißt, die können noch ein bisschen vor sich hingammeln. Äh, die Tug. Hm. Ich würde auch sagen Tschüss. Gut. Weil ich würde tatsächlich den Schlafsack mal gucken. Wie bringt denn die Reparaturaktion? Okay, 30 Prozent ist, glaube ich, das Ganze. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ah ja, Tatsache. Ja, wir brauchen halt dringend Tierfälle. Das heißt, wir sollten mal Richtung Küstenstraße. Ähm. Ich meine, wir sind eh schwer beladen mit allmöglichen Stuff. Wie sieht denn eigentlich das inzwischen aus? 97 Prozent. Das kann ja noch ewig da bleiben. Äh. Ja, die wird nicht funktionieren, meine Gute. Und das wollen wir nicht? Ja, richtig. So. Ah, der Wolfspelz ist getrocknet. Cool. Das Rehleiter noch nicht. Hehehe. Ähm. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Weil wenn wir schon jetzt hier drin sind, dann könnten wir das doch mal reparieren. Aber, äh, im Sinne der Progression und, ähm, im Sinne vor allem halt auch der Abzeichen. Ähm, ich hab mir natürlich jetzt eure Kommentare, falls ihr welche geschrieben habt, noch nicht durchgelesen bezüglich, äh, wie machen wir hier weiter? Ja, wir gehen da zumindest mal nicht durch. Okay, ich bleib ja schon stehen bisher, okay. Ich muss ja nicht sinnlos in der Gegend rumrennen. Äh, wie machen wir weiter? Und ich hab mir überlegt, ja, lass uns wenigstens die Abzeichen erringen. Ähm, da haben wir ja doch noch einiges vor uns. Wir müssen uns halt vorrangig im Freien aufhalten und, äh, ja, sprinten vor allem auch. Ähm, wir müssen nachher noch 21 Prozent sprinten. Oder waren es 11? 21, 11, meinte ich. Schau mal. Äh, wo ist es? Genau. 11, 21 Prozent. Jaja, also wir müssen noch knapp über 10 Kilometer sprinten. Also das, das braucht noch ein bisschen. Wir müssen da also tatsächlich ein bisschen sprinten. Uns generell im Freien aufhalten und dann kriegt man ein paar Abzeichen noch. Ähm, die da bringen, jetzt bin ich schon wieder draußen natürlich. Äh, 100 Tage im Freien. Das heißt, da fehlen uns noch, auch wenn der Balken das nicht vernehmen lässt, 13 Prozent. Dann fühlt sich dann alles für zwei Grad wärmer an. Äh, fünf Tage generell heißt, ähm, im Überleben, also 500 Tage generell überleben heißt, 10 Prozent weniger Kalorien benötigen. Ja, Feuermeister. Das dauert noch. Sprinten heißt, wir verbrennen beim Sprinten 25 Prozent weniger Kalorien und Schnee wandern. 1000 Kilometer im Spiel reißen heißt, die Ausdaueranzeige lädt sich schneller auf. Und das ist permanent. Das ist nicht für diesen Spielstand, sondern das ist für alle zukünftigen Spielstände. Ich weiß nicht, ob es für den dann auch gilt. Ich hoffe ja, ja. Ähm. Oh ja. Aber ich, ja, es gilt auf jeden Fall für alle zukünftigen. Das ist schon mal soweit klar. So, wir wollten den Wolfspelzmantel reparieren. In der Hoffnung, das auch richtig hinzukriegen. Hehehehe. 1,47 dauert das. Ja. Ernsthaft. Das heißt, ähm, die Hose zu reparieren hat nicht geklappt und der Wolfspelzmantel hat nicht geklappt. Das war beides mal 85 Prozent. Ähm. Soviel zum Thema Wahrscheinlichkeiten. Leckt mich am Arschspiel. Tschüss, wir gehen jetzt durch die Höhle. Mann, ist das ärgerlich. Okay, wir tragen die. Die ist leerer. Ja, das Rewe. Das heißt, du kannst tatsächlich. Wir lassen das mal hier stehen. Ich guck mal gerade, da war doch was drin, oder? Hm. Okay. Wobei, warte mal. Wir machen das mal so. Zwei. Legen wir mal hier rein. Hehehe. Was? Wo? Hat da? Hehehehe. So. Und, ähm, genau. Einfach für den Fall, wenn wir dann mal da sind und man kein Öl mehr haben sollte. Und dann haben wir zumindest ein bisschen Beleuchtung. Müssen wir die nicht rumschneppen. Oh, guck mal, wir haben hier Kohle übersehen. Und da hinten auch. Haben wir überhaupt hier schon Kohle rausgeholt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil da, ich, der Fallzutiefabzweig war Kohle und, äh, da mitten auf Weg war Kohle. Aber ich sehe sonst keine Kohle. Das ist dann doch, ich glaube, wir sind schon durch. Aber keine Ahnung, wieso wir die nicht genommen haben. Äh, da liegt auch noch Kohle, da liegt auch noch. Ne, wir haben das noch nicht gemacht. Ich dachte, wir wären hier schon durch und hätten schon Kohle gesammelt. Wieso liegt da wieder, spawnt die wieder neu? Okay, das wäre ja nicht schlecht. Das würde ich ja dann doch begrüßen. Ja, guck mal, da ist wieder Kohle. Und ich meine, also ich bin der Ansicht, dass wir das schon mal, schon mal leer. Ja, jetzt steht doch auf, da oben ist doch nichts. Mann. Ähm. Ich dachte, wir wären da schon durch. Ja, war Gott bei den ganzen Bergwerken. Da kommt man doch mal ein bisschen durcheinander. Ha, ha, ha. Äh, ich glaube, wir waren ja auch nicht mit der Kohle. Ne. Ne, das kann nicht sein. Ah, da liegt ja noch eine Lampe. Vielleicht sollten wir die ans andere Ende schaffen, hier mittendrin stehen lassen. Das bringt ja auch nicht so wirklich wahnsinnig viel. Ja, die reicht auf jeden Fall für, sag ich mal, einmal durchgehen, mindestens. Zeitung, ah ja, genau. Auch das sollte vielleicht nicht mitten der Höhle liegen, sondern besser an einem der Enden. Ja, also Kohle gibt's hier echt noch genug. Naja. Ja, also was ich halt richtig cool fände, bezüglich der Kohle, oder generell halt von Items, dass, ähm, ja, dass die halt auch, dass die sozusagen nicht nur alle flach auf dem Boden liegen, sondern halt tatsächlich ein Volumen besitzen. Und dass es eine, eine Volumen, äh, äh, Physik halt gibt. Das heißt, wenn ich Kohlen auf den Haufen werfe, dass das halt einen Haufen gibt und halt entsprechend einer Physik, ähm, dieser Haufen dann auch, wenn ich dann immer weiter drauf lade, dann halt zerfällt. Naja. Sie sind ja doch dran. Also auch am Sandbox da noch weiter zu entwickeln. Also ich denke, es ist halt auch immer so, Spielmechaniken wollen sie da halt implementieren. Und ich meine, ich denke, sie haben auch selber festgestellt, dass nach dem, nachdem sie, ähm, den Story-Modus rausgebracht haben, und sie hatten ja, jetzt der, der Film von Lirob hat das ja, äh, letztens geschrieben, dass sie dann natürlich viel gepatcht haben und dann auch, äh, natürlicherweise auch den Leuten ein bisschen, äh, sozusagen die Überstunden wieder abfeiern lassen haben, was ich schon mal sehr gut finde in der heutigen Zeit. Ist ja nicht mehr so wirklich gewöhnlich noch, dass man den Leuten auch noch zugesteht, die Überstunden, die sie gemacht haben, auch irgendwann wieder abzufeiern. Durchsucht. Äh, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Okay. Stiefel mit. Das ist leer. Da ist noch eine Kiste. So. Ja, komm, die steht doch da drauf, hm. Okay. Tragen. Kann man sich aussuchen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, das Tag, wer hätte ich jetzt gedacht, das ist, äh, äh, Nacht und Aurora, so wie das aussah. So, wir haben ja Holzkohle, ein bisschen. Haha, wie cool ist das denn? Super. Süß. Okay, ja, wir müssen hier tatsächlich noch ein bisschen Zeichen und Kartieren. Ja, dann würde ich sagen, ja, machen wir das mal, dann haben wir dann immer ein bisschen die Karte vollständig. Ich meine, das ist ja auch noch so ein Ding, ähm, die Abzeichen auf der einen Seite, ja. Achso, ja, apropos Rennen. Das funktioniert dann leicht im Gewicht, also das kann man gerade nicht. Momentan ist es eher außerhalb der Zeit verbringen. Ähm, Achievements. Ja, es gibt auch noch Achievements. Äh, zum Beispiel, das da. Hahaha, ja, das ist super. Achso, tragen. Was? Also, es gibt ein Achievement, äh, wo man aus 25 Meter Höhe einen, äh, Höhe, aus 25 Meter Entfernung die Hasen, sehr, sehr schön waren wir hier noch nicht an dem Truck. Okay, ich dachte, da wären wir schon, aber, naja. Ich und mein Gedächtnis. Wir waren da tatsächlich noch nicht. Wir sind vorbeigelaufen, aber wir haben den nicht gelootet. War dann vielleicht nur in dieser Nomaden Herausforderung. Okay. Äh, hier machen wir hier mal Zeichnung. Ja. Äh, die Karte ist anscheinend so klein, beziehungsweise die Gebiete, die sie hier zeichnen, sind so riesig. Beim anderen, da macht sie gerade mal Meter um sich herum. Zeichnen sie da ein und hier gleich, fast die komplette Map mit einer Zeichnung. Hahaha. Ja, ja, die Wölfe sind wieder unterwegs. Die Wölfe. Das heißt, auf dieser Karte, das ist die eingestürzte Straße, hat sie schon drauf, obwohl wir hinten gezeichnet haben. Na gut. Ja, genau. Also, was ich sagen wollte, ähm, es gibt natürlich die, die Abzeichen, das wäre halt gut, ähm, die zu haben, weil das dann halt, äh, jedes Leben ein bisschen vereinfacht, was man halt hat. Aber es gibt ja auch noch die Achievements. Und die, äh, 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 werden ja auch noch so ein Ding. Ich meine, ich hab schon ein paar Achievements, auch halt, außerhalb des Let's Plays schon gesammelt. Aber, ähm, es sind noch ein paar offen. Ja, ja, für einige müssen wir allerdings dann neu starten. Ähm, zum Beispiel dieses, äh, wo man halt 25 Tage lang nichts tötet. Ah ja, sehr schön, die Insel. Ähm, das hab ich ja, das hab ich ja nur 11 Tage lang geschafft, laut Achievement, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in diesem Durchgang war, oder ob das mal in dem vorherigen Durchgang war. Ist ja auch cool. Ähm, das könnte man mal in Anspruch nehmen. Da gibt's allerdings, der muss halt 25 Tage, darf's halt nichts töten. Und ich weiß halt nicht, ob das, äh, ob da nur die Sachen gelten, dass man halt bewusst tötet, also selber schießt sozusagen. Und das Angegriffenwerden zählt dann nicht, wenn dann zum Beispiel der Wolf verendet. Oder ob da halt auch das, äh, Wolfs, äh, angegriffen werden und der verendet dann auch zählt. Das weiß ich halt nicht. Naja. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir hier herumkommen. Müssten ja eigentlich schon. Wir sind ja noch weit genug weg von der Eiskante, aber... So, machen wir hier mal eine Zeichnung. Ah ja, es wird doch relativ groß hier unten noch. Krass. Gut, da vorne, da muss man auf jeden Fall rechts rum. Links rum ist, äh, Ende. Gelände. Ja, in der Hoffnung, wer kommt überhaupt rum, dass das nicht hier eine Sackgasse ist. Äh, ja, apropos, äh, Sackgasse. vielleicht gehen wir noch ein Stückchen, so, machen hier noch eine Zeichnung, dass wir das zumindest vollständig haben. Gut, ja, also hier sieht man auch tatsächlich, das ist wohl, denke ich mal, dieser gehbare Weg. Ähm, ja, da kommen wir nicht durch. Beziehungsweise, ne, das ist die Kante, aber das dünne Eis fängt halt früher an. Okay. Gut, dann trinken wir nochmal, dann werden wir wieder ein bisschen leichter. Und treten mal Richtung dieses Kellers an, den wir sowieso brauchen, weil es jetzt gerade einen Blizzard gibt. Hahaha. Ja. Minus 28 Grad, ja, doch. Haben wir jetzt mit dem Kartier den Blizzard heraufbeschworen? Ist ja schön. Fühlt sich dann doch an wie minus 3 Grad. Hahaha. Mist. Okay. Da gibt es leider keinen Durchgang, wir müssen den langen Weg nehmen. Ja, es gibt auch ein, äh, ein Achievement, ähm, ein Feuer, ein Campfeuer, drei Tage lang am Leben zu halten. Da musst du dir aber noch sehr gut, sehr guten Platz finden. Weil, ähm, wenn du da so einen Blizzard hast und der kreiselt ja einmal fröhlich rundherum, dann muss der ja im Prinzip, äh, geschützt sein von, von diesem Wind. Da wüsste ich jetzt auf Anheb noch nicht, wo man das machen könnte. Vielleicht an so einem Wasserfall, haha, die wir uns verrannt hatten, äh, war das letzte, ich glaube, letzte Folge war das. Äh, der Bogen. Ja, kartieren ist hier leider nicht mehr möglich. Hahaha. Ja, schlechte Lichtverhältnisse. War da im Wetter dann doch wieder etwas, guck mal, eine Höhle. Da ist sogar ein Feuerchen drin. Und Kohle. Und Streichhölzer. Und Holzkohle. So. Äh, wird sie, die, die Höhle ist immer so ein bisschen glitschig, klebrig, schleimig hinten. Wird sie dann immer etwas langsam. Okay. Gut. Wir gehen jetzt aber hier nicht, äh, wir gehen jetzt aber weiter. Weil, ähm, ich werde jetzt hier nicht die Zeit verbringen. Wir könnten uns zwar hier noch, ähm, ach, ich wollte gerade sagen, hier lagen noch Äste. die spawnen die, genauso wie die spawnen. Das wäre ja nichts Neues. Ach, gucke mal. Hi, Hirsch. Ja, dich müssen wir später nochmal looten. Da ist gerade etwas ungemütlich. Deswegen waren da oben die Krähen. Naja, die sind tatsächlich diesmal weg. Okay. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Ja, ja, die Temperatur ist natürlich trotzdem, ich meine, das sind zusammen minus 62 Grad. Also da, so gute Kleidung gibt es nicht. Dass du da so ein bisschen aushältest. Ja, ich würde ja gerne mal hochkommen, aber du willst ja immer nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Naja. Okay. Ist das alles hier so steil hier unten? Ja, eine Erkältung hat man auch schon lange nicht mehr. Ja. Da vorne könnte es ein bisschen flach sein. Da hoffe ich nur, dass die Wölfe jetzt auch nicht da sind. Die hört man natürlich bei so einem Blizzard erst recht nicht. Das ist klar. Aber die lungern halt immer an dieser Seite herum. Ähm. Ja, entweder sind sie nicht da oder wir kommen erfolgreich herum. Ja, ich laufe jetzt Richtung Küstenstraße, auch wenn wir natürlich temperaturmäßig komplett im Arsch sind. Ähm. Ja, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Ansonsten geht's ja eigentlich von den Werten. So, ab in die Hocker. Ja, keine Wölfe. Okay. So. So, dann gucken wir das erstmal wieder einpacken, das Gewehr. Ja, nicht so großer Freund davon, dass das so herumhängt. Was sagt denn die Kleidung? Ah ja. Die freut sich. Schon krass. Das ist ja kein Blizzard mehr. Das ist ja cool. Das kann man ja zeichnen. Ja, natürlich. Guck mal. Das wollten wir alles noch mitnehmen, alter Schwede. Was sagt denn eigentlich das Gewicht? 50 Kilo, das geht ja noch. Verdammt. Ah. Hm, was machen wir? Wie kalt ist es denn? Minus 25 Grad nur. Wie ist das denn, wenn wir uns in dieses Auto setzen? Nur mal so eine Frage. So. Ja, da geht die Temperatur hoch. Cool. Ja, natürlich sind wir hier schon durch. Das ist ja klar. Aber das heißt, wenn wir was essen, dann können wir lernen. Ja, die Hälfte. gut. Trinken. Wir haben zwar schon, ähm, das Abzeichen, aber es gibt auch noch ein Achievement, dass du halt alle Bücher gelesen hast. Äh, und natürlich wollen wir auch lernen. Ja, nähen, bitte. Fünf Stunden, mal gucken, ob es klappt. Wenn dir so kalt ist. Was? Oh, minus 3 Grad. Echt? Doch so kalt hier drin. Aber es war doch eben wärmer. Verdammt, jetzt haben wir gegessen. Das ist ja dämlich. Ist. Was machen wir denn da? Ja, das ist ärgerlich jetzt. Ja, dann gucken wir mal, dass wir zum nächsten Haus kommen und da drin dann lernen. Das ist so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt. Um, also um die Kalorien zu nutzen, natürlich. die müssten doch da vorne irgendwo sein. Richtig. Ich sehe was, aber ich weiß, was ist das für ein Haus oder ist das eine Ruine? Oder ist das ein Stein? Hm. Na komm. Ah, da vorne, das sieht aus wie ein Haus. Ah, da vorne ist auch schon eins rechte Hand. Dann nehmen wir das gerade. Hier hatten wir die beinahe Begegnung mit den Bären, ja. Das war wunderschön. Okay. Ach, guck mal. Ja, juhu. Hütten am Wasser. Ja, jetzt geht er nur rein. Ist jetzt dieses eine Kilo dann das, was dann zu vieles gut ist? Wir haben aber auch vier Stück von den Dingen. Ja, hier war mischt durch, alles klar. Gut, jetzt geht die Temperaturjahre auf. Leider haben sich die Kalorien jetzt etwas verdünnisiert. Das reicht natürlich nicht mehr. für volle fünf Stunden, das ist klar. So, gibt es hier neues Wasser? Leider nicht. Haben wir sonst was übersehen? Ah, da oben kann sich dann das Wasser, das Wasser auch sehr gut fangen. Ne, haben wir schon alles sehr gut. Tabularas, also noch nicht 100 Prozent. Man kann ja noch die Gardinen und so, aber im Prinzip her nicht so schlimm. Okay, dann machen wir mal eines. Wir versuchen mal zu lernen. Gucken, wie weit wir kommen. Ja, sie würde gern alles essen. Jetzt, sofort. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen ablegen. Wir sind einfach viel zu schwer. Ja, die 26 Federn werden es wahrscheinlich nicht sein. Aha. Mann, ist das dämlich. Ja, gut, unter den Umständen, vielleicht bleiben wir dann heute nach Tier, dann lernen wir jetzt. Ähm, wie sagt eigentlich die Lufttemperatur? Ein Grad, ja, dann müsste, dann wird die Kleidung auf jeden Fall besser. Gut. Ja, dann machen wir das. Dann werden wir erstmal hier die drei Stunden noch voll machen. Cool. Aber es reicht nicht. Doch, es reicht. Ich wollte gerade sagen. Na, endlich. Ja, 75% Chance auf erfolgreiche Reparaturen. Reparaturzeit um 15% verringert Zustandsverbesserung von Gegenständen um 10% erhöht. Ja, du machst gute Fortschritte im Pflegen von Textilien. Deine Reparaturen sind schneller und effizienter als zuvor und du machst nur selten Fehler. Ja, das heißt, jetzt können wir unsere tierischen Sachen reparieren. Juhu. Okay, wir bleiben heute Nacht hier. Ähm, das heißt, wir kümmern uns erstmal um, äh, unser Material, was wir hier haben, was wir vielleicht verarbeiten können. Vielleicht. hat es zum Beispiel Zeitung. Ah ja, sehr schön. Okay. Gut. Da ist eigentlich alles tip top. Kleidungstechnisch ist halt die Frage. Die Schuhe werden wir wahrscheinlich nie anziehen. Also. Ich will nämlich die Müdigkeit noch ein bisschen provozieren. Das Sweatshirt, äh, ich glaube nicht, dass wir das anziehen. Ja, mehr haben wir leider nicht. die Socken will ich jetzt nicht auseinandernehmen. Die Schuhe sind halt, das sind halt Wanderstiefel, die sind halt nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Ja, Wasser geht zur Nike, aber das ist okay. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Was kann man damit machen? Diese blöden Lampen, die sind einfach nur schwer. Na gut, dann hätten wir es eigentlich dort lassen können. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die überhaupt mitnehmen. Ja, tschüss. Okay, reparieren können wir jetzt nichts. Von daher heißt eigentlich, äh, wir können eigentlich nur aktuell schlafen. Gut. Gut, wir haben weder Kalorien noch Wasser in uns. Dann müssen wir das entsprechend ändern. Ähm, ja, die, die Limos, die sind zwar alle auf Prozenten, das ist mir immer aufgefallen beim Editieren. Ähm, da hat man ja die meiste Zeit. Irgendwie beim Spielen ist man immer so konzentriert. Das Editieren ist eigentlich immer so, ja, gucken und hören. Ähm, diese Dinge halt, sowas. so normale Essensstuff hat ja immer geschmacklos oder frisch oder was weiß ich als Adjektiv, aber diese Brausen nicht. Und ich glaube, die kannst du wirklich trinken, wenn die, selbst wenn die auf ein Prozent runter sind. Und dann machen wir das nämlich auch. Dann ist das mit dem Wasser auch nicht ganz so schlimm. Und, ja, zehn Stunden werden wir schon brauchen. Wird sie, mal gucken, ob sie das macht. Naja, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir mal in die Quonset und gucken mal, ob wir da noch irgendwelche Fälle haben, damit wir ein bisschen reparieren können. Jetzt, wo wir unseren Skill ja auch etwas verbessert haben. Ja, das, äh, erwartet uns. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Nochmal danke fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Ciao. 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 Ciao.